Oh mein Gott, meine Freunde, wir werden heute ein, wenn ich du wäre, im Schwimmbad machen. Ja! Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf dem Kanal von Leontien, Leute. Und die erste Sache wird direkt sein, ich werde dir die Antwort machen. Und Leontien darf mir gleich die erste Aufgabe stellen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, schreibt Video in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, Leontien, hast du Bock? Wir kommen jetzt zur ersten Sache. Und zwar, komm mal mit. Morgen! Ja? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die Raisen-Rotrape mit Raisen-Rotrape. Was? Mit Raisen ist verboten? Ja, trotzdem! Ey Mann, ich kriege Ärger, Alter! Ja, okay, Leontien, ich zieh durch. Alter, ey, der macht mir nur Probleme, ich stimme wie nie wieder mit dem Video auf. Ich zieh durch, Marvin! Ja, ich bereue das nicht. Burger Pommes! Genau, Burger Pommes! Burger Pommes! Ja, okay, Leute, ich mach das jetzt. So, Leute, ich bin jetzt hier angekommen, ja? Alter, guck mal, hier ist das Ding, ey. Du musst jetzt mit Raisen rutschen, ey. Ja? Heftig Burger Pommes in die Kommentare! Genau, let's go, Leute! Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich bleib sowas, fang stecken mit dem Ding. Ich zieh trotzdem durch. Oh, Alter! Ey, das geht nicht! Ey, steck fest, Leute! Der Raisen passt nicht so! Nimm mal, ich muss umgerutschen! Ey, Leute, der Raisen passt nicht! Alter, man kommt hier gar nicht durch mit dem Raisen! Ich hab's mal durch das Kinn nicht, Mann! Digga, ist so dunkel! Alter! Oh! Boah, Leute, es ist so unverschnell hier! Ey, ich glaub, hier hab ich das Wasser ausgestellt! LOL! Digga, was ist das denn? Mein Gott! Bruder, ich mach das Wasser aus! Ich mach's dir den total, Alter! Boah, erst mal hier rutschen, ey! Ich mach das Wasser aus! Alter, sind wir hier! Boah, ich bin richtig sauer! Ich mach das nie wieder! Was denn? Das war Frank, ich hab das Wasser ausgestellt! Hey, Leute, das ist echt die Schweinerei, ey! Boah, ich bin so sauer! Sag der zu mir, ja, Rutsche mit Reifen ist nur ein Prank! Digga, ich hasse dich! Das kriegst du gleich zurück, warte ab! So, Leonti, let's go! Ich würd sagen, ich bin dran! Okay! Und weißt du was? Ja! An deiner Stelle werde ich jetzt erstmal die gelbe Rutsche da rutschen! Easy! Aber rückwärts! Ziehst du ruhig? Ja, okay! Ja, okay, komm, let's go! So, Leute, mal gucken, ob er durchzieht! So, Leute, ich bin jetzt hier angekommen, ja? Alter, guck mal, hier ist das Ding, ey! Du musst jetzt mit Reifen rutschen, ey! Ja? Heftig, weiter, komm jetzt in die Kommentare! Genau, let's go, Leute! So, Leute, wir sind jetzt angekommen! Ich werde erstmal hier, die hier rückwärts rutschen! 1, 2, 1, go! Hey, Alter, ich hab gedacht, ich treffe irgendein Kind! Ja, aber es war krass, du hast durchgezogen, ne? Ja! So, dann würde ich sagen, lass jetzt mal, jetzt bist du dran, lass mir die Aufgabe stellen, ne? So, Marvin! Ey, du hast krass durchgezogen, was soll ich jetzt machen? Ich muss jetzt die da... Ja? Ohne Reifen! Ja, ich zieh durch, okay, Leute, ich zieh jetzt durch, ja, okay! Bürgerpommes! Let's go, Leute! Ich rutsche jetzt ohne Reifen, das ist verboten! Guck, man darfst du nur mit Reifen rutschen, ich muss ohne rutschen! So, Leute, ich rutsche jetzt ohne Reifen, 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, die kommen alle mit Reifen! Oh mein Gott! Alter, es hat so Angst! Oh mein Gott! Er fällt so schnell! Oh mein Gott! Ey, oh mein Rücken! Oh, Alter, es war Hölle, sag ich euch! Oh, ich hab so Verletzungen! Digger, ey! Oh mein Gott! Ey, es war zu krass, ey! Wirklich! Leute, es war so schlimm! No joke! So, Leonti, ich hab jetzt eine krasse Idee! Und zwar, du musst jetzt hier einfach mal eine richtig krasse Frontflip machen! Ey! Der hat mich einfach geschubst, Leute! Alter! Ey, Juga, das kriegst du zurück! Digger, das war gar nicht abgemacht! Ey! Ey, Leonti, ziehst du jetzt durch den Frontflip? Ja, natürlich! Alter, er hat mich einfach reingezogen! Ich bin auch keine Pussy! Boah, Leute! Ja, mach jetzt mal! Ich will was sehen! So, Leonti, ziehst du durch? Mach mal! So, Leute, mal schauen, ob er durchzieht! Oh mein Gott! Alter, das war ein richtiger Rundenklatscher! Der hat richtig wehgetan! Der war krass, ne? Ey, ich hab richtig Rundenklatscher! Oh mein Gott! Ey, okay, wir sagen, es zählt! Lass mal weiter! Let's go, Leute! So, Leonti! Ey, ich hab so schnell, ich ziehe jetzt durch! Oh mein Gott, Leute! Ey, ich hab richtig Schiff, sag ich dir, ne? 3, 2, 1, Schiff! Oh mein Gott! Ah! Oh, Leute! Das ist zu krass! Oh, ich hab richtig Schiff! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das für ein Rutscher? Hä? Was passiert hier? Oh! 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 Oh, Gott! Hilfe! Oh! Ich steck ins Trichterfest, Leute! Alter, ist das krass! Wie guckt ihr aus? Oh mein Gott! Das war so krass! Oh! Alter! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Oh, ich hab so Schiss gehabt! Alter, Leonti, das war das Schlimmste ever! Ich glücklich, ey! Ich kann nicht mehr! Boah, Leute, ey! Was muss ich machen? Digga, zu krass! Alter, Leonti! Ja? Ich hab jetzt eine richtig krasse Idee für dich! Draußen sind Bienen aus 6 Grad und du musst jetzt erstmal draußen schwimmen gehen! Ich schieb wieder! Hast du Bock? Ja, komm! Ja, das will ich jetzt sehen! Leute, draußen ist richtig kalt! Ich sag, ich dir werde sterben! So kalt! Let's go! So, du gehst jetzt nach draußen! Du musst draußen schwimmen! Weißt du, was du auch machen musst? Warte, komm mal her! Ich bin noch nicht fertig! Ja, easy, sagst du easy! Du musst dann auch einmal rausgehen, ne? Okay! Ja! Ey, ich bin nicht, der wird gleich richtig fielen, sag ich euch! Let's go! Der muss aus dem Wasser raus! So, Leonti, bevor du jetzt durchst, wir haben hier noch ein paar Zuschauer getroffen! Ja, Mann, ihr habt gehört! Leonti, so, jetzt zieh mal durch! Brauchst du dich jetzt hier rauszugehen? Ja! Ist richtig am Qualen! Oh mein Gott, ey, jetzt zieh, Digga, guck mal! Oh mein Gott! Ey, jetzt mach mal ne Bombe rein hier! Ey, Mann, das ist richtig kalt, ey! Ja! Spring mal rein! Let's go! Oh, Junge, Leute, er hat krass durchgezogen! Alter! Digga, springt vom Beckenrand ist verboten! So, Leonti! Ja? Ja? Jetzt sind wir auch zu Hause, Schwimmen ist vorbei! Ja! Und eine Aufgabe kriegst noch, die letzte! Ja, ey, du hast mich so gequält, ne? Du hast das Wasser rausgestellt und ich hab dir gesagt, das kriegst du zurück! So, und ich hab mir jetzt was richtig krass überlegt, Leute! Denn, Leonti, hast du Bock, dass wir ein bisschen was an dir verändern? Also, es tut nichts weh oder so? Wir schneiden auch keine Haare irgendwie so! Hast du Lust? Ne! Aber du ziehst doch durch, oder? Ja, okay! Okay, du ziehst durch, ja, Leonti, dann würde ich mal sagen! Ähm, für die letzte Aufgabe, das Video auch vorbei, musst du einfach nur hier sitzen und nichts machen! Okay! Ist doch eigentlich ganz easy, oder? So, dann würde ich sagen, ähm, wir müssen dir mal irgendwie die Augen zumachen! Lass mal, ich überleg mal kurz was, let's go, Leute, sehen wir gleich wieder! So, Leonti! So, ich hab überlegt, ja? Leute, schaut mal, was wir hier haben! Und, ey, das geht wieder raus! Das ist grüne Farbe einfach, damit du mit diesen Haaren, das ist von nichts! Richtig geil! Lass jetzt noch ein unbarkostlos Abo! So, Leonti, du musst ja jetzt einmal, so, wir müssen das mal kurz hier hin machen, so, und das musst du jetzt mal eben einmal, einmal so hier bei dir rummachen, weißt du? Damit deine Klamotten nicht eingesaut sind! Hä? Ja, du isst ja gleich nur ein bisschen was, ne? Wenn du sagst, lass den Lager jetzt! Was machst du jetzt? Nix! Sag jetzt! Ja, ich mach nix! Hopp! So! Das ist eigentlich die letzte Aufgabe! Das ist die letzte Sache! Okay! Ja, so, das musst du jetzt mal machen! So! Ey, du hast mich so gekillt vorhin! So, jetzt halt mal, halt mal das vor deine Augen! Halt mal fest! Ey, jetzt wird's lustig, Leute! Let's go! So, Leonti, du darfst jetzt nichts machen, ne? Let's go, Leute! Hallo, es ist nix! Alles gut! Ah, was ist das? So, Leute, let's go! Was ist das? So! Was ist das? Nix! Das wirst du gleich sehen! Das ist wirklich great! Weißt du? Alter! Junge, wieder... Warte! So, Leute! So, ich wollte es sagen, wir sind fertig! Ey, du siehst richtig gut aus! Ey, was hast du gemacht? Warte! Was hast du gemacht? So, Leontien, bist du bereit, jetzt ein Ergebnis zu sehen? Warte! Ey, Leute, schaut mal, es sieht richtig krass aus! Ey, das wird nie wieder weggehen! 1, 3, 2, 1, let's go! Schau mal an! Alter! Was hast du gemacht? Schau mal an! Digga, richtig krass! Wie findest du das? Sei ehrlich! Ey, Leute, Leontien ist, glaube ich, richtig sauer jetzt! Oh mein Gott! Ey, Leontien! Ey, hast du den Zuschauern abschließend was zu sagen? Ey, ciao, ciao! Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo! Leontien wird in nächster Zeit Green Man sein! Let's go!